Was geht Leute? Herzlich Willkommen bei deiner nächsten Folge von Payday 2. Und ich eröffne mich jetzt mal wieder, damit die anderen eigentlich mitreden können. Einer von euch hat noch ne schlechte Weste an. Ja. Ich verstehe, warum muss das sein? Ich glaub das... Hey! Meinst du der Wolf oder wer? Ja, ja, ja. Welche soll ich anziehen? Hast du die vierte schon? Also nach dem... Ja, zieh die mal an. Du hast die vierte... Ach, du hast gestern auch nur gezockt, ne? Ja, zwei Runden. Wiesel, bist du denn? Weil... Pff, zwei Runden. Ja, zwei Runden. Oh. Ich bin voll auf Law Level. Ich bin auch ein Law Level, Mann. War egal. Ach, hier die Disco wieder. Disco, Disco, uh, um. So. Du hast schon die Mütze aufgesetzt? Wer sagt an? Nee, noch nicht. Nein, er war der... äh, war der ja Dings. Redfire hat die Mütze schon immer auf der Träger. Ja. Ähm, wir brauchen hier hinten den Gastank, ne? Träger. Äh, den, äh, können wir gleich mitnehmen, aber brauchen wir direkt am Anfang noch nicht zwangsläufig. Äh, irgendwer hat's entdeckt. Oben auf dem Dach ist ein... Ja, ist zu spät, gehen wir rein. Rennen wir los zu den Tresoren. Gerade. Okay, wir sind drin. Ähm, okay. Kleines Update. Was passiert bis jetzt? Noch gar nichts, wir bohren grad die Türen auf. Wenn wir dann oben bei den Tresoren sind, spreng ich die Tresore auf. Ähm, da brauchen wir nicht warten, dass die aufgebohrt sind. Und, ähm, dann nehmen wir auf jeden Fall das Koks mit. Das ist übelst wichtig, das bringt richtig Kohle. Dann hauen wir ab. Ich würde gerne mal wieder ein Einkaufszentrum kaputt machen. Hat voll Spaß. Können wir gleich machen, ja. Ja, das bringt auch viel Geld. Nein, nicht jedes. Was? Doch, da haben wir mit Overkill-Dingens schwer, haben wir noch eine Staubegriff. Ich hab hier mal... 18 Sekunden, dann ist meine Tür auf. Okay. Ich hab hier mal noch eine Tür aufgemacht, ne? Also... Also ich bin hier dabei noch eine Tür. Die Finger sind... Schrott. Die Dora sind Schrott. Okay. Ah, ich werd abgeschossen. Wow. Den hab ich nicht gesehen. Die Tür oben ist offen. Was? Hilfe! Ah! Da kommt jetzt was hinter euch. Momentisch, um den Tresor aufzuspringen, brauchst du da eins, zwei, drei, vier mal C4. Ihr C4, ja. Für einen... Ich mach schon, ich mach schon. Das heißt dann... An einem Bohrer... Für... Oh, jetzt bremst mal. Mutlich doch... Bohrer an einem Tresor. Beim BD-Hall kommen jetzt zwei Schildträger. Hinten bei euch? Der, der, der ist offen. Der nach oben ist auch offen. Wer hat nen Medipack? Ich? Nee. Okay. Doch, doch, du hast eins. Bitte bitte kurz hinlegen. Wann seid ihr? Okay. Oben hinter dir bei dem, äh... Jo, ich leg die ab. Boah. Boah, vielen Dank. So, hier gerade auf. Lol. Schon leer. Wow. Also Medipack ist schon leer. Oh. Ich hab davon nichts genommen. Doch nicht. Kann man da nur einer davon nehmen, oder was? Nein. Aber es sind insgesamt 100 live. Bei. Ja, anscheinend... So, hier oben ist das Koks. Wir brauchen noch zwei Leute, um das Koks zu nehmen. Passi, komm mal hoch. Ja, und wir müssen den Tresor mit der Kohle noch finden, der müsste oben im Büro sein. Okay, klar. Achtung, Achtung, Achtung! So, hier ist noch eine Tasche. Ich hab schon ne Tasche. Ach, ich... Lass die eine noch liegen. Äh, welche... Welche Maske hast denn eigentlich auf Träger? Ach, die... Momentan die Eisen gehen mussten. Mal nehmen doch mal diese griechische Mü... äh, diese griechische Muske. Die hat der Narakus auf. Ach so. Narakus, bleib mal stehen. Ich möchte mir die Maske mal angucken. Ja, kannst du gleich gucken. Sag mal. Hä, 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 die ist lustig. Nein, das ist nicht die... Ist nicht die... Was? Doch, das war die mit drei Köpfen. Der hat denn jetzt den... Hat jemand den letzten Tresor schon gesehen? Nee. Irgendwo muss noch ein Tresor sein, den müssen wir unbedingt finden. Kommen wir hier nicht weg. Der ist doch normal immer hier gegenüber auf der anderen Seite. Ja. Guck mal. Hier runter. Ähm... Hier rechts. Noch mal rechts. Kippe hoch. Da oben ist er, oder? Na, warte. Warte. Nein. Warte mal, war der immer hier. Ja, hier ist er diesmal nicht. Fuck. Hier ist er hier auch. Wo ist das Teil? Echt scheiße, jetzt. Gut. Wir müssen tanken nicht weiter. Überaufgang. Ist er unten, oder was? Ich wette, wir müssen durchs Feuer. Haha. Ist er nicht hier unten? Nein, wir müssen nicht durchs Feuer. Nein, wir müssen nicht durchs Feuer. Wo ist der Tresor? Oh, ohne Scheiß. Was? Oh, ich bin... Oh, danke. Ich bin... Oh, danke. Er hat jetzt eh den Jungs. Ach, da oben ist einer mit nem Schild. Was ist der Club? Doch, gar nicht. Ne. Das ist auch... Nicht unnormal. Oh. Draußen ist er auch nicht. Bei der Bar. Da ist in den Kassen noch Bargeld. Das kannst du mal mitnehmen bei der Bar. Wie kriegt die Kasse auf? Vorstellen und F drücken. Oh. Was? Ne, wo ist denn dieser... Langsam ein bisschen Scheiße, wenn wir den jetzt nicht finden. Wirklich? Lachen wir mal schlimmer. Oh, ich hab's eh nicht neben Hier im Keller, im Keller, bei mir ist er Der ist im Keller Keller Hier unten Hier unten Ich hab kein C4 Hier rechts im Eck steht da Tatsache Hast du C4? Ja, aber nicht mehr genug, ich hab nur noch zwei Okay, müssen wir das hier verteidigen, dann hol ich grad das letzte Koks Hier unten könnte das Koks ablagen Weil Und dann müssen wir hier die Stellung ein bisschen verteidigen Weil hier um die Ecke ist dann auch gleich das Fluchtfahrzeug Das ist gut Eigentlich ganz gut, dass der Tresor hier ist Boah, ich muss erst noch das letzte Koks holen Wir müssen nur einen Eingang bewachen, oder? Ja Gut, das sei einfach mal Boah, ich wurde doch gerade geflucht Ich hol das C4 Okay, pass, wir müssen hier Stellung Ja, das hat Das hat schon einer das Koks geklaut von den Affen Läuft damit weg Oh, bei uns nicht Richtig Den den nicht von euch, den wir oben liegen lassen haben Von der Tremel Wie sollen wir einen oben liegen? Ja, ich hab'n Also ich hatte meinen Sachen, aber ich will nicht. Ich hatte meinen auch. Klappen. Zack. So, und direkt wieder nach unten. Hast du das Kork, Sano? Ja. Gut. Wir hatten noch Munition und Medikit. Munition ist hier oben noch was ein bisschen. Ich hab auch noch ein Boy. Okay, super. Hast du ja schon kurz Zeit? Bitte raus, bitte raus, bitte raus. User left your channel. Okay. So. Oh. 138 Sekunden. Hier oben mal ein bisschen. Wow. So, hier rechts, wo... Pussy zockt. Wie heißt du, wie heißt du? Pussy zockt. Pussy zockt. Wo du hergelaufen bist, da ist... Da kommt gleich das Luftfahrzeug, normalerweise. Ja? Hier hinten in der Tür dann, hier durch. Ja. Einfach so ruhig. Bam. Was sind das für Sensoren? Muss ich mich das außerhalb bitten? Das ist C... Nee, du kannst durchlaufen. Das ist C4, was ich verteilt hab. Oh, das ist cool. Oh, der Wuppert. Rapid Fire ist dran, super. Don't die! Don't die! Ich versteck mich. Ich bin sicher. 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 Ich glaube, das Bohren macht das Spiel einfach 0 an. Ja, aber wir haben ja schon geskillt, wir bohren schon schneller wie normal. Ja. Ah, also wir, also ich und Flo sollten keine Bohrer legen? Nee. Könnt ihr legen, aber wir können die dann verbessern. Ach so. Ähm, gleich am besten erst die Kohle hier rausnehmen und dann das Koks erst zum Auto bringen, also wir müssen eh zweimal laufen. Wieso liegt's denn bald, ne? Hab ich gerade da hingelegt, da müssen wir gleich nicht so weit laufen. So. Ja, hier oben wird's jetzt noch langsam voll. Ist das C4 schon explodiert, oder? Ja. Schade. Das eine, das andere noch nicht. Mit dem C4 kann man gute Pfeile machen, natürlich. Hier war der Sabora. Gleich fertig sein. Okay, gut. Okay. 2, 1, fertig. So, und die Kohle raus. Oh, doch, Kohle. Der Rums-Spotter ist noch gar nicht da. Nee, jetzt müssen wir noch einen Moment warten. Hat einer von euch das Dings genommen? Was? Das C4, äh, das, ähm. Äh, die Drogen. Nee, die lassen wir erstmal noch liegen. Da sind sie mit oben drin. Ich hab keine Tasche, also, kann ich nicht theoretisch eins mitnehmen? Ich hab keine Tasche. Und ja, dann nimm eins. Und dann tragen wir das schon mal hoch zu der Tür hier. Das Geld ist ja jetzt raus, alles, oder? Ja. Ja, gut, dann hab ich jetzt einen Beutel noch genommen. Ich beschütz mal die Beutel hier, ne? Falls hier was kommt. Ja. Ich hoffe, dass gleich wirklich der Transporter da ist. Jetzt das Koks auch holen? Ja. Aber in dem Dings war gar kein Koks drin, ne? In dem... Hä? In dem Tresor war gar kein Koks drin. Ja, das haben wir doch selber mitgenommen. Nein, ich meine, weil uns doch noch ein Koks gefehlt hätte. Wann schließen? Nee, nee, das sehe ich ja nicht. Ach so, dass das hauptsächlich das Geld stimmt. Genau. Koks bringt ja nur Geld. Also, erst das Koks ins Auto und dann das Geld ins Auto. Ja, das ist jetzt... Jetzt ist es egal, wenn man jetzt oben da... Ja, Hauptsache, wir gehen nicht in diesen Kreis, bevor das Koks drin ist, ne? Genau, richtig. Ne, Flo? Alter, ich bin noch nie vorzeitig in den Kreis gegangen. Das war einmal... Ja, in Teil 1 hast du aber... Einmal den Beutel mit dem Geld nicht weggebracht. Wow, einmal... Ja. Sofort angewohnt, ne? Ja. Oh, ich kann nicht mehr. Meiner ist ausgepowert und ich komme hier hinten hin, das nervt mich aus. Aua. Oh, okay. Äh, ich... Ich bin ja gebrochen, das Auto. Aua. So, jetzt kommen sie. Achtung, 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 Achtung. Na ja, vielleicht nicht. Wollen die nur von einer Richtung? Nee. Ja, jetzt gerade schon, aber normalerweise kommen die auch hier hinten noch aus dem Ausgang. Problem ist, dass das Fluchtauto woanders steht, ne? Ja, ich sehe es gerade. Oh. Okay, dann laufen wir los. Ähm, einer sollte aber hier beschützen. Ich habe jetzt erstmal einmal einen Koks. Wer beschützt hier? Boah, ich bin getasert. Ich beschütze, ja. Wo? Okay. Ich versuche zumindest, mich zu beschützen. Oh, Gott. Ich bin jetzt schon voll flach. Ich glaube, ich weiß, warum das Auto nicht da ist. Licht, legt ihr mal hier den Rest hier hinter und wir holen erstmal wieder ein paar Sachen. Wohin? Da, wo ich meinen Sack hingelegt habe, bevor er da hinten gleich alleine ist. Das ist Liga. Ja, ich sage ja, das schafft er nicht. Wird ein bisschen zu viel. Komm schon. Was ist noch? Hat jemand noch Munition? Ja, ich habe noch ein bisschen, aber nichts zum Verteilen. Ich habe noch Munitionsbeutel. So, Beutelchen nehmen und wieder nach vorne. Okay. Sind die Beutel noch alle da? Ja, klar. So, schütz mich. Okay, gut. Boah, ist das weit weg, ey. Alter, ich werde schon wieder geflasht. Ich bin jetzt gerannt, ohne einen Beutel mitzunehmen. Oh. Du kannst auch loslaufen, der Flo. Passt schon. Okay. Da ist einer hinterm Zaun. Wo? Oh, hier kommt. Oh ja. Da hat mich gerade geflasht, der Hund. Soll ich die hier hinbringen, die Beutel? Ja, jetzt könnten auch mal noch welche hinten bei mir gucken. Jetzt wird es ein bisschen heavy hier. Ja, ich schliege. Ich bin tot. Wow. Alter, wie viele sind denn hier? What the fuck? Scheiße, dass der Ven so weit weggeparkt hat. Was kann ich denn? Da kann du durch den Eingang... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aber nein, nein. Oh, oh. Ja, das war wohl nichts. Was hier regelt jetzt. wir haben zu lange gewartet so lange gedauert mit dem letzten versor jetzt übelst getankt noch ein versuch diesmal nicht sofort die masken aussetzen mal machen der träger nicht von einfach an die maske auf dem kopf haben wenn man anderen machen das ist als erstes die trisore finden unbedingt nicht erwischt nicht abschmieren floh ne wir beide ja das ist so ein teil wie war das sehr hoch so auch nicht rein auch wenn wir die maske nicht auf haben ja dann müssen sie hier eher aufziehen ruhig bleiben noch geht's immer schön fesseln die leute das ist gut wenn von uns nachher einer von der polizei festgenommen wird dann können wir die geiseln eintauschen so und los wieder alles andere Ach komm, der Zivilist ist in mein Feuer reingerannt. Ich hab grad auf den Bullen geschossen und da läuft ein Zivilist zugeschritten. Junge, ich find gar kein Tresor. Ja, wir müssen erstmal die Türen aufmachen, wo es hochgeht. Rapidfire, bist du noch da? Ja. Ah, okay. Ich geh jetzt nicht mehr hier oben. Ich bin gerade auf dem Tresor, ne? Wow. Ah! Hier gibt's gar kein Keller mehr, kann das sein? Ja doch, an der Tür bin ich grad schon am Bohren. Hier die Seite ist komplett am Bohren. Nur die andere, da müssen wir auch irgendwo irgendwo Bohrer platzieren. Oder habt ihr auf der anderen Seite schon Bohrer platziert? Ja, heil. Danke. Kein Problem. Oh, ein Bohrer. Wer geht oben raus zur Kasse und holt die Kohle raus? In der Bar, oder was? Ja. Ja. Hier hin. Bin schon da. Übrigens, bei der Bar ist ne Geisel, ne? Falls... Okay. Oh, jetzt kommen hier ganz schön viele unten rein. Wo ist denn der... Das war sogar ziemlich viel in der Bank. Also in der Bank. Wo ist denn der zweite Bohrer, Mensch? Den zweiten Bohrer, nicht? Oh. Kann ich hier mal so... ...dann ist nicht hilfreich mal. Ne? Ja, nicht... ...n... ...spun aber nicht dabei. Okay. Ich sehe nichts. Ah! Wo ist denn hier der zweite Bohrer? Oh oh. Ich meine ein Suchen. Entschuldige. Oh, geht. Stimmt du Teaser. Spannend. Ich lege... Bei mir ist einer mit einem Schild und einem Teaser. Kippie. Voll der Ahnung. Ah toll. Was ist denn der Teaser Typ? Da wo ich liege. Nach rechts du bist. Boah. Boah. Ich will die Fücher mehr. Alter. Passiv überlebt uns. Wunderbar. Nein im Ernst. Der Typ hat die ganze Zeit sein Schild davon schon. Keiner ist da. Jetzt. Dreck, 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 dreck. Ich will das nicht sein. Hey, helft Narakos. Der hat noch kurz gefunden. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Nice. Aber ich habe den zweiten Bohrer immer noch nicht gefunden. Florian, wo bist du? Vielen Dank. Ich bin denn UH. Wieso? Oder so. Kannst du schon gerettet werden? Nee. Nee, noch nicht. Sag mal Bescheid. Oh, der ist schon wieder im Keller, der eine Tresor, wa? Ja, dann... Nee. Hast du einen Bohrer gesetzt? Bei dem anderen mache ich C4. Ich habe den Bohrer gesetzt, ja. Ich hoffe nur, dass hier... Warte mal. Nee, ich mache hier C4. Kann jetzt getauscht werden. Ja, warte. Gar nicht. Aber den anderen Bohrer... Wo ist der denn? Nein, der wäre wieder irgendwo oben. Ich hoffe jetzt, dass hier zumindest schon mal die Kohle drin ist, weil die ist erst mal wichtiger als das Koks. Ich tausch dich ein, ja? Also besser lassen. Junktausch, Bro. Okay, danke. Jetzt habe ich fast alle Dinge bei der Person, die ich jetzt retten hätte. Ja, hier ist das Geld. Jetzt müssen wir nur noch das mit dem Koks finden. In der Zeit kommt jetzt auf jeden Fall schon mal das Fluchtfahrzeug. Das ist gut. Aber das kommt dann bestimmt wieder nicht hier oben, sondern ganz da draußen, ne? Ja. Ich... Weiß es nicht. Diesmal... Will ich nicht spekulieren. Ah, ich hätte geschafft. So, jetzt müssen wir ganz schnell den zweiten Tresor finden. Muss einer nach das Geld aufpassen, oder ist das da sicher? In dem Keller sollte eigentlich nicht so viel passieren. Hier sind ganz viele im Keller. Echt? Sind da welche? Oder ich weiß nicht, ob ich im Keller bin. Auf jeden Fall liege ich irgendwo. Ich war voll fast. Nee, du bist nicht im Keller. Du bist oben drüber. Boah. Boah. Ich bin geflasht und überhaupt keine Muni mehr. Ich bin auf dem Weg zu dir. Sag mir die Sekundenzahlen an. Ich bin auf. Ich bin auf... Ich bin auf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und jetzt. Jetzt lieg ich selber glaube ich. Tatsache. Okay. F***. F***. Flodo bist die letzte Hoffnung von uns. Alter. Ich werde dich retten! Ich werde dich retten! Ich glaube immer gleich eine andere. Die nicht auf sehr schwer datiert ist. Das kriegt noch nichts. Kaufhaus kriegen wir hin auf Oracle. Ja. Das ist auch schwer.